Wir haben uns das letzte Mal Gedanken gemacht zur Wiederkunft von Jesus. Und grundsätzlich ist es ja so, dass das Jesus wiederkommt. Darin ist man sich einig unter evangelikalen Theologen. Wann Jesus wiederkommt und wie das mit dem tausendjährigen Reich ist, das ist etwas umstrittener. Und heute Abend wollen wir uns nun Gedanken machen zum tausendjährigen Reich, dem sogenannten Millennium. Das steht ja in Offenbarung 20 in den Versen 1 bis 10. Wenn ihr die Bibel dabei habt, dürft ihr gerne mit mir mitlesen oder auch zu Hause. Offenbarung Kapitel 20 ab Vers 1. Ich werde heute nicht auslegend auf diese Verse eingehen. Es geht heute thematisch um das tausendjährige Reich. Steht da Offenbarung 20 ab Vers 1. Und ich sah einen Engel vom Himmel herabfahren, der hatte den Schlüssel zum Abgrund und eine große Kette in seiner Hand. Und er ergriff den Drachen die alte Schlange, das ist der Teufel und der Satan, und fesselte ihn für tausend Jahre. Und warf ihn in den Abgrund und verschloss ihn und setzte ein Siegel oben darauf, damit er die Völker oder Nationen nicht mehr verführen sollte. Bis vollendet würden die tausend Jahre. Danach muss er losgelassen werden, eine kleine Zeit. Und ich sah Drohne und sie setzten sich darauf und ihnen wurde das Gericht übergeben. Und ich sah die Seelen, die enthauptet waren um des Zeugnisses von Jesus und um des Wortes Gottes willen. Und die nicht angebetet hatten das Tier und sein Bild und die sein Zeichen nicht angenommen hatten an ihre Stirn und auf ihre Hand. Diese wurden lebendig und regierten mit Christus tausend Jahre. Die anderen Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die tausend Jahre vollendet wurden. Dies ist die erste Auferstehung. Selig ist der und heilig, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht. Sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm regieren. Tausend Jahre. Und wenn die tausend Jahre vollendet sind, wird der Satan losgelassen werden aus seinem Gefängnis und wird ausziehen zu verführen, die Völker an den vier Enden der Erde, Gok und Magok, und sie zum Kampf zu versammeln. Deren Zahl ist wie der Sand am Meer. Und sie stiegen herauf auf die Ebene der Erde und umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Und es fiel Feuer vom Himmel und verzerrte sie. Und der Teufel, der sie verführte, wurde geworfen in den Pfuhl von Feuer und Schwefel, wo auch das Tier und der falsche Prophet waren. Und sie werden gequält werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dann kommt das Weltgericht. Bevor wir uns nun heute Abend Gedanken machen zu diesen verschiedenen Sichtweisen, Meinungen zum tausendjährigen Reich, möchte ich noch einmal die gleichen drei Vorbemerkungen erwähnen wie das letzte Mal. Einfach in Kürze. Es ist mir wichtig, das noch einmal zu sagen. Und zwar die erste Bemerkung, meine persönliche Sichtweise ändert nichts an der Zukunft. Ganz wichtig. Ob ich es richtig sehe, ob du es richtig siehst, ändert nichts an der Zukunft. Gott ist grösser als unsere Meinung. Gott kommt zum Ziel. Unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Und es ist sicher gut, wenn wir gerade bei so einem Thema mit Bescheidenheit auftreten. Und auch diejenigen als Geschwister anerkennen, die es vielleicht anders sehen. Und ich persönlich möchte mich auch zurückhalten, diejenigen, die es anders sehen, als Irrlehrer zu bezeichnen. Oder wie ich es heute bei einem Kommentar gelesen habe. Sie irren, wenn sie das so sehen. Nun, ich denke, es ist gut, wenn wir hier bescheiden auftreten. Und ich möchte auch sagen, bei uns in der Gemeinde darf man hier verschiedene Meinungen haben. Ja. Dann, meine persönliche Sichtweise hat Einfluss auf mein praktisches Leben. Man könnte ja denken, ja, wenn es verschiedene Meinungen gibt und das ist umstritten und so, dann ist das gar nicht so wichtig, wie ich das sehe. Wozu also sich Gedanken dazu machen? Nun, wie ich denke, hat Einfluss auf mein Handeln. Und vielleicht so als Aufgabe, im Anschluss an dieses Bibelseminar mal für sich weiterzudenken und sich zu fragen, welche praktischen Konsequenzen hat es denn nun, wenn ich jetzt so sehe oder so sehe oder so sehe. Denn je nachdem, wie ich es sehe, führt das zu gewissen Aktivitäten oder auch zu Untätigkeiten. Es kann Angst auslösen oder auch Hoffnung oder Planlosigkeit, Hoffnungslosigkeit. Es kann dazu führen, dass ich mich zurücklehne und sage, ja, ist eh alles schlimm. Oder, dass ich mich so richtig investiere und etwas bewegen will in dieser Welt. Oder wie auch immer. Also meine Sichtweise hat praktische Konsequenzen. Die dritte Bemerkung noch, ich bin der Überzeugung, dass wenn wir uns gemeinsam unter Gottes Wort stellen, dann ist eine grössere Einheit noch möglich. Ja, es gibt verschiedene Sichtweisen hier. Aber wenn wir alle demütig uns unter Gottes Wort stellen, dann denke ich, können wir uns gemeinsam in der Mitte treffen. Persönlich meine ich, dass es wichtiger ist, dass wir uns gemeinsam unter Gottes Wort stellen, als dass wir jetzt überzeugend, entschieden auftreten und sagen, genau so ist und nicht anders, dass wir da demütig sind. Also, das noch ein paar Vorbemerkungen. Heute geht es also jetzt um das tausendjährige Reich und da jetzt ein paar Vorbemerkungen zum Millennium. Millennium kommt von Mille, Tausend und Annus, Jahr. Tausend Jahre. Und hier gibt es jetzt, ich mache es mal ganz grob, drei oder vier verschiedene Auffassungen, wie das ist mit diesem tausendjährigen Reich, mit diesem Millennium. Und zwar gibt es den sogenannten Amillennialismus, den Postmillennialismus und den historischen oder dispensationalistischen Prämillennialismus. Also, das sind zwei verschiedene Sichtweisen. Man kann jetzt sagen, es gibt drei verschiedene oder eben vier. Ich persönlich tendiere sogar dazu zu sagen, es gibt nur zwei, nämlich den Post- und Amillennialismus. Das ist so eine Sichtweise auf der einen Seite, die unterscheidet sich dann minim. Und auf der anderen Seite haben wir den Prämillennialismus, das ist so entweder in der Sichtweise des historischen, klassischen oder des neueren, des dispensationalistischen Prämillennialismus. Oder auch genannt prätribulationistischer Prämillennialismus. Also, ich persönlich sage, ja, es könnten auch gut zwei sein mit so unter Sichtweisen. Denn ich habe heute auch gelesen, dass bis ins 19. Jahrhundert man gar nicht wirklich unterschieden hat zwischen Amill und Postmill. Das einfach noch am Rande. Und dann gibt es auch noch verschiedene Sichtweisen zur Entrückung. Wann kommt Jesus wieder? Vor, Mitte, Nacht, der Trübsalzzeit so? Oder irgendwann? Es gibt mindestens vier verschiedene Sichtweisen auch da. Das dann wahrscheinlich am Schluss des Vortrags. Wenn ich jetzt heute Auskunft gebe über diese verschiedenen Sichtweisen, dann versuche ich, das möglichst fair zu machen. Mein Anliegen ist, wenn du jetzt da sitzt oder mir zuhörst, dass du sagst, ja genau, du hast ein paar meiner Argumente für meine Sichtweise erwähnt. Wahrscheinlich sagst du, du hast nicht alle erwähnt, weil, ich meine, es ist deine Sichtweise, du kennst deine Sichtweise vielleicht besser als ich. Und vielleicht habe ich einfach nicht die Zeit, alle Argumente zu erwähnen. Aber ich möchte doch einige deiner Argumente fair vortragen. Das ist so mein Anliegen. Ich hoffe, ich schaffe das. Und ich möchte auch sagen, ich mache mich hier mit euch auf den Weg. Auf die Suche nach der Wahrheit, weil ich finde es gar nicht so einfach. Ich möchte auch sagen, es kann sein, dass ich morgen schon eine andere Meinung habe. Vielleicht fließe ich meine Meinung auch ein heute Abend und ihr wisst dann am Schluss, aha, der Matthias geht das so. Wahrscheinlich gelingt es mir nicht, ganz neutral zu sein. Aber es wird jetzt aufgenommen hier. Und es kann sein, dass in zehn Jahren jemand dieses Video anschaut und denkt, aha, der Matthias sieht das so. Vielleicht sehe ich es dann wieder anders. Das einfach so als, wie nennt man das, Disclaimer oder so. Ja. Ich weiss, jegliche Verantwortung von mir, für das, was ich jetzt sage. Nein, so schon nicht gerade. Aber es kann sein, dass ich morgen schon oder beim nächsten Mal noch ein bisschen mehr dazu gelesen habe. Weil ich merke, es gibt hier noch viel, viel zu überlegen. Ich möchte beginnen mit einem Kurzüberblick der vier verschiedenen Auffassungen. Ich beginne mit dem Amillennialismus. Ich habe hier ein Foto gemacht aus dem Grudem. Vielleicht kennt ihr den. Weil ich einfach zu füge, das selber abzuzeichnen. Deshalb ist die Qualität jetzt ja okay. Vielleicht so wie die Pisten bei der WM. Skifahren, so okay. Zuerst mal der Amillennialismus. Das ist so die einfachste Sichtweise. Ganz einfach. Es gibt kein Millennium grundsätzlich. A-Mil, kein Millennium. Wobei Amillennialisten würden deutlich sagen, natürlich gibt es ein Millennium. Offenbarung 20 haben sie auch in ihrer Bibel. Aber dieses Millennium ist nicht zukünftig. Es ist gegenwärtig. Es ist jetzt. Es ist das Gemeindezeitalter. Die tausend Jahre sind nicht wörtlich zu verstehen. Einfach eine lange Zeitdauer. Und das Millennium dauert, bis Jesus wiederkommt. Und dann, wenn Jesus wiederkommt, kommt es dann gleichzeitig zur Auferstehung der Gläubigen und zur Auferstehung der Ungläubigen. Es kommt zum Gericht und dann zu einer neuen Erde, dem neuen Himmel. Wer vertritt diese Sichtweise des Amillennialismus? Da muss man sagen, in der Kirchengeschichte gab es ein paar wenige Kirchenväter, die in diese Richtung tendiert haben. Und dann kam Augustinus. Und Augustinus war der erste grosse Mann, der amillennialistische Sichtweise hatte. Also sagte dir, das Millennium, dieses tausendjährige Reich, das ist jetzt schon sozusagen. Das ist so die Gemeinde, die regiert vom Himmel her. Dann, Augustinus hat natürlich die Kirchen geprägt. Es gab ja damals nur die katholische Kirche. Und deshalb auch die römisch-katholische Kirche ist grundsätzlich amillennialistisch. Augustinus hat auch die Reformatoren geprägt. Luther, Calvin, Zwingli, alles amillennialisten. Die haben dann die Lutheraner, die Reformierten geprägt. Heute sind einige Baptisten auch dieser Überzeugung. Und ich lese im Moment die Reformationsstudienbibel von R.C. Sproul. Ich habe gerade heute drin gelesen, noch diese Kapitel mit dem Kommentar. Und er vertritt auch die amillennialistische Sichtweise. Das zum Amillennialismus. Dann den Postmillennialismus. Post heisst nachher. Also Jesus kommt nach dem tausendjährigen Reich zurück. Jetzt, ich wage nochmal etwas. Ihr merkt euch dieses Bild. Und ich gehe noch einmal zum anderen zurück. Oh, ein Zwitsch. So, jetzt merkt ihr euch dieses Bild. Und ihr seht, es ist praktisch das Gleiche. Was ist der Unterschied? Es steht Gemeindezeitalter, das ins Millennium geht. Und dann steht alles eigentlich das Gleiche. Das heisst, der Postmillennialismus ist eigentlich sehr ähnlich wie der Amillennialismus. Man geht hier einfach davon aus, dass das Evangelium eine unglaubliche Kraft hat, einen unglaublich starken Einfluss ausübt und sich so das tausendjährige Reich hier schon entfaltet. In der Gesellschaft. Nicht nur in der Gemeinde, sondern, das ist der große Unterschied zum Amillennialismus, in der Gesellschaft wird dieses goldene Zeitalter sichtbar. Auch hier sind die tausend Jahre nicht wörtlich zu verstehen. Eine lange Zeitdauer. Man ist sich nicht ganz einig unter Postmillennialisten, ob man heute schon in diesem Millennium lebt oder erst in Zukunft. Aber das Hauptmerkmal des Postmillennialismus ist sein ausgeprägter Optimismus. Man glaubt, dass das Evangelium eine solche Kraft hat, alles zu verändern. Und ich muss sagen, dieser Postmillennialismus, ich finde den faszinierend. Der gefällt mir. Grundsätzlich. Ich sage nicht, dass das biblisch ist, aber es wäre doch toll, wenn das so wäre. Oder wenn das Evangelium so eine Kraft hat, alles zu verändern. Das wäre Optimismus. Das würde etwas bewegen. Das würde Gesellschaften verändern. Die Welt verändern. Spannend ist, dass der Postmillennialismus vor allem dann populär wurde, wenn es in der Gesellschaft zu einer Erweckung kam. Also wenn es in der Geschichte eine Erweckung gab, dann vertraten ganz viele den Postmillennialismus, weil sie sagen, jetzt wird Gottes Reich so richtig sichtbar. Oder auch in Zeiten, in denen es keine Kriege gibt, keine internationale Konflikte, Zeiten des grossen Fortschritts, Zeiten, in denen das Böse überwunden zu sein scheint, das Leid im Griff ist, denken ganz viele, jetzt sind wir im tausendjährigen Reich. Wer hat den Postmillennialismus vertreten? Fominentes Beispiel ist Jonathan Edwards. Vielleicht sagt euch der Name nichts. Er hat John Piper sehr geprägt. Ich meine allerdings nicht in Bezug auf die Endzeitlehre, einfach sonst. Viele Puritaner, so wirklich bibeltreue Leute, waren der Überzeugung so, wir leben jetzt dann im tausendjährigen Reich. Und sagt heute, dass die meisten Theologen des 19. Jahrhunderts Postmillennialisten waren. Heute sind vor allem viele rationalistisch-liberale Theologen Postmillennialisten. Vielleicht zusammengefasst, im 19. Jahrhundert, so in diesem Zeitalter des technischen Fortschritts, waren die meisten Amerikaner, amerikanischen Theologen, waren Postmillennialisten. Kommen wir zum Prämillennialismus, zuerst zum historischen, oder man nennt ihn auch den klassischen. Eine lange Geschichte, diese Sichtweise. Prä heisst, Jesus kommt vor dem tausendjährigen Reich. Dann seht ihr hier einen schwarzen Punkt, oder gelben Punkt, je nachdem, was der Bildschirm ist. Das ist das T. Das meint die Trübsalzzeit. Also Gemeindezeitalter T für Trübsalzzeit. Das ist so der klassische Prämillennialismus sagt, dann kommen die Christen in die Trübsalzzeit und dann kommt Jesus wieder. Es kommt zur Entrückung, und dann zum Triumphzug von Jesus, die erneuerte Erde oder auf die neue Erde. Da gibt es unterschiedliche Sichtweisen. Zuerst natürlich die Erde, dann das Millennium. Auf dieser Erde, das tausendjährige Reich, da wird der Teufel gebunden. Dann nach tausend Jahren wird der Teufel noch einmal freigelassen und dann kommt es zum letzten Kampf. Der Teufel wird besiegt. Und dann kommt es zum Endgericht. Der Glaube an den Prämillennialismus war vor allem in Verfolgungszeiten wurde der populär. Wenn es viele Kriege gab, wenn es schwierig war, dann glaubten ganz viele, jetzt kommt dann die Trübsalzzeit. Jetzt wird es schwierig. Es wird nicht besser. Vertreter dieser Sichtweise waren fast alle Kirchenväter vor Augustinus. Zum Beispiel Irenaeus, Polycarp, Justin der Mertürer. In der Neuerenzeit hat vor allem G.I. Ludd das sehr populär gemacht, sagt euch wahrscheinlich nichts. Dann, glaube ich, noch ein bedeutender Theologe. Zumindest für diese Sichtweise. Und dann vor allem, das sagt euch vielleicht mehr, Wayne Grudem. Er vertritt den historischen Prämillennialismus. Jetzt eine Variante dieses Prämillennialismus ist der prätribulationistische Prämillennialismus oder auch, ich nenne ihn heute, den dispensationalistischen Prämillennialismus. Dispensation meint Haushaltung. Also man unterteilt die Geschichte in verschiedene Haushaltungen und sagt, dass Gott je nach Zeitphase ein anderes Programm hat. Vor allem unterscheidet man auch das jüdische Volk Israel und die Gemeinde. Der grosse Unterschied, auch hier, wenn ich da zurückgehen würde, ihr würdet kaum einen Unterschied sehen, nur das T für Trübsalszeit hat sich verschoben. Und zwar aus dem Gemeindezeitalter heraus in die Entrückung hinein. Und zwar gibt es jetzt die Sichtweise, dass nach dreieinhalb Jahren der Trübsalszeit die Gemeinde entdrückt wird oder vor der Trübsalszeit vor allem. Die gängige Sichtweise ist eigentlich, dann kommt Jesus heimlich, entdrückt die Gemeinde und nach sieben Jahren kommt Jesus öffentlich noch einmal mit den Gläubigen zurück. Das ist so die Lehre der doppelten Wiederkunft von Jesus. Diese Sichtweise trennt konsequent zwischen Israel und Gemeinde. Es gibt hier eine unterschiedliche Zukunft. Also der grosse Unterschied zum historischen Prämilianialismus sind vor allem zwei Dinge, ich sage das schon mal. Das ist die Sichtweise Israel und Gemeinde und das ist die Sichtweise kommt Jesus vor der Trübsalszeit schon mal heimlich oder noch nicht. Vertreter dieser Sichtweise sind vor allem John Nelson Darby und dann die Scofield-Bibel. Das hat dann auch Ryrie geprägt und ich habe auch heute noch bei John MacArthur vieles gelesen. Er ist ein starker Vertreter auch des dispensationalistischen Prämilianialismus. John MacArthur oder auch die Brüdergemeinden, Moody, sagt auch der übergrösste Teil der Evangelikalen, der Pfingstgemeinden, vor allem in Amerika, sind alles dispensationalistische Prämilianialisten. Auch Erich Mauerhofer, der Bruder von Armin, vertritt in seiner Dogmatik diesen dispensationistischen Prämilianialismus mit der Spezialform, dass Jesus in der Mitte kommt nach dreieinhalb Jahren. Er ist mittribulationistischer Prämilianialist. Was ich hier anmerken muss, ist, es gibt keine Vertreter dieser Sichtweise bis etwa ins 19. Jahrhundert. Das ist also eine neuere Sichtweise. So, jetzt habe ich einen groben Überblick gemacht und jetzt möchte ich mit euch eine Lernkontrolle machen. Mit denen auch, wovor erohrt sie. Die zu Hause könnt mal mitraten. Und zwar machen wir gewisse Einordnungen. Und ich stelle euch eine Frage und wenn ihr es wagt, dürft ihr einfach mal hineinrufen. Aber es geht jetzt nicht darum, dass ihr persönlich eure Meinung sagt, sondern welche Sichtweise ist der Überzeugung, dass Jesus vor dem tausendjährigen Reich wiederkommt? Es gibt vier Sichtweisen. Welche Sichtweisen sagen, Jesus kommt vor dem tausendjährigen Reich und dann kommt das tausendjährige Reich? Wer wagt es? Prämilianialismus wählen? Beide. Kannst du sagen, beide, genau. Also der Dispensationalist ist eher schwierig. Sagen wir auch Dispi. Dispensationalistischer oder historischer Prämilianialismus. Die sagen, Jesus kommt, dann kommt das tausendjährige Reich. Wer sagt nachher? Die anderen beiden. Gut, erste Frage. Zweite Einordnung. Wann kommt Jesus wieder? Kommt Jesus vor oder nach der Trübschalszeit? Was sagen die Sichtweisen? Welche Sichtweise sagt Jesus kommt vor der Trübschalszeit? Genau, der Dispensationalistische Prämilianialismus sagt, Jesus kommt, nimmt die Gläubigen schon mal weg und wir müssen nicht in der Trübschalszeit sein. Ist auch sehr sympathisch. Gefällt mir sehr, wenn es so ist. Und die anderen drei sagen nein. Also der historische Prämilianialismus, der Amilianialismus und der Postmillianialismus sagen, Jesus kommt nach der Trübschalszeit. Also das ist Trüeis. Wie steht das Verhältnis zu Israel? Welche Sichtweise sagt, dass die Gemeinde ein anderes Volk Gottes ist als Israel? Genau, auch der Dispensationalismus. Die anderen drei sagen nein. Die Gemeinde ist das neue Israel. Jetzt noch die letzte Frage. Gibt es ein goldenes Zeitalter? Welche Sichtweisen sagen, es gibt dieses goldene Zeitalter, dieser Chiliasmus, dieses tausendjährige Reich? Welche sagen, ja, es gibt es? Drei? Welche drei? Eine nicht. Sagen wir, welche sagt es nicht? Amil. Amil sagt, es gibt kein goldenes Zeitalter, denn das ist ja schwierige Zeit, nur die Gemeinde, die da vom Himmel her unsichtbar regiert wird, das ist das tausendjährige Reich, aber hier ist es eigentlich kein goldenes Zeitalter. Es ist immer noch sehr schwierig da. Gut, das so als Einordnung. So. Ich möchte ein paar Argumente erwähnen für die verschiedenen Sichtweisen. Möglichst fair, hoffe ich. Was spricht für den Amillennialismus? Amillennialisten sagen, wisst ihr, es gibt nur eine einzige Bibelstelle da in Offenbarung 20, die überhaupt etwas zum tausendjährigen Reich sagt. Und dieser Schriftabschnitt ist gar nicht mal so klar. Es ist doch unweise, keine derart wesentliche Lehre auf eine Stelle mit unsicherer und vielfach umstrittener Auslegung zu begründen. Es gibt ja nur ein einziger Ort, wo die tausend Jahre erwähnt werden. Da muss ich entgegnen, einmal reicht, um es glauben zu müssen. Die Bibel, es reicht, wenn sie einmal etwas sagt. Oder ist es nur dann wahr, wenn es zweimal steht in der Bibel? Natürlich nicht. Also die Bibel braucht etwas nur einmal zu sagen, damit es wahr ist und von uns zu glauben ist. Ein zweites Argument gegen dieses Argument ist, warum muss denn die Bibel schon etwas vom tausendjährigen Reich erwähnen, bevor es da in der Offenbarung zeitlich darum geht? Ich meine, wir leben jetzt noch nicht im tausendjährigen Reich, könnte man sagen. Jetzt müssen wir wissen, wie wir im Gemeindezeitalter zu leben haben. Deshalb braucht es die Briefe an die Gemeinden. Manche sagen auch, ja, aber es gibt im Alten Testament auch Bibelstellen, die man durchaus ins tausendjährige Reich interpretieren könnte. Wo es irgendwie Aussagen gibt, die passen weder ins Gemeindezeitalter noch auf die Neue Erde. Zum Beispiel so die Aussage, dann wird jemand, wenn er mit 100 Jahren stirbt, jung sterben. Das passt doch nicht zu heute, wenn man mit 70 oder 80 stirbt. und auch nicht auf die Neue Erde, wo man gar nicht mehr stirbt. Passt am besten ins tausendjährige Reich. Argumente für den Amillennialismus sehen wir auch, wenn man Offenbarung 20 anschaut, dann sagen Amillennialisten, ja, der Teufel, der wurde bei der Kreuzigung von Jesus gebunden, um die Nationen nicht mehr zu verführen. Denn es steht hier in Vers 3, der Teufel wurde in den Abgrund geworfen, damit er die Völker, die Nationen nicht mehr verführen sollte. Und das ist doch heute so. Heute können die Völker zu Jesus Christus umkehren. Da muss man jetzt entgegnen. Ja, aber 1. Petrus 5, 8 steht doch, dass wir uns in Acht nehmen sollen vor dem Teufel, der umhergeht wie ein reisender Löwe. also wenn der gebunden wäre, müsste man sich ja nicht in Acht nehmen. Oder auch andere Bibelstellen, wo es irgendwie heisst, dass wir nicht gegen Menschen kämpfen, sondern gegen diese Gewalten. Deutet schon darauf hin, dass der Teufel heute noch Macht hat, nicht ganz gebunden ist. Amillennialisten legen Vers 4 und 5 auch so aus, dass diese Menschen, die da mit Jesus Christus regieren, das sind Christen, die gestorben sind und bereits mit Christus im Himmel herrschen. Es steht da nämlich nicht Leiber in Vers 4, sondern Seelen. Die haben vielleicht gar keinen Leib, das sind Seelen, die regieren vom Himmel her. Es steht in Vers 5, das ist die erste Auferstehung und damit verstehen, darunter verstehen Amillennialisten so die geistliche Auferstehung. Nicht die leibliche, denn es sind ja Seelen, sagen sie, sondern es ist so die Auferstehung vom geistlichen Tod zum geistlichen Leben. Deshalb diese sind im Himmel. Dann sagen Amillennialisten auch, dass die Bibel nur eine einzige Auferstehung lehrt. Ich glaube Johannes 5, 28 steht, dass es eine einzige Stunde ist, wenn das Gericht kommt. Ich muss das mal lesen, Johannes 5, 28, da steht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Und werden hervorgehen, die Gutes getan haben, zur Auferstehung des Lebens, die aber Böses getan haben, zur Auferstehung des Gerichts. Das sagen Amillennialisten, das ist doch klar, es gibt nur eine einzige Auferstehung der Ungläubigen und der Gläubigen gleichzeitig. Denn Prämillennialisten müssen ja davon ausgehen, dass es eine Auferstehung der Gläubigen gibt, dann tausend Jahre später noch der Ungläubigen. Wir sagen jetzt aber Prämillennialisten, ja, es kann ja auch für jede Gruppe eine Stunde geben. Weiteres Argument ist, dass die Vorstellung, dass verherrlichte Gläubige und Sünder gemeinsam auf der Erde leben würden, ist zu schwer zu akzeptieren. Man muss sich vorstellen, es gibt dann dieses tausendjährige Reich und da sind dann die verherrlichten Gläubigen mit ihrem verherrlichten Leib, die schon auferstanden sind, gemäss premillennialistischer Sichtweise, die da regieren werden, also die Gläubigen, wir, und dann sind da diejenigen Ungläubigen, die da noch nicht entdrückt worden sind, die im natürlichen Leib, und das ist doch schwierig, dass die dann miteinander auf der gleichen Erde leben. Man kann dann aber sagen, ja, das hat Jesus auch gemacht mit seinen Jüngern, er war auch schon in einem verherrlichten Leib, mit seinen Jüngern noch nicht. Noch ein Argument für den Amillennialismus, wenn Christus in Herrlichkeit kommt, um auf der Erde zu herrschen, wie können Menschen dann immer noch in der Sünde verharren? Stellt euch mal vor, tausendjähriges Reich, viele, viele Menschen erleben, wie Jesus Christus regiert, leibhaftig vor ihnen ist, und wie da ein Friedensreich ist, wie man es noch nicht gekannt hat, und dann wird der Teufel noch einmal losgelassen und all diese Menschen wenden sich jetzt noch einmal gegen Jesus Christus, das ist doch nicht vorstellbar, so etwas. Und da könnte man aber sagen, ja, wenn das Herz nicht bekehrt ist, wird es sich immer gegen Jesus Christus wenden. Noch eine Frage, die Amillennialisten stellen, ist, wozu gibt es denn überhaupt das Millennium? Ist ja eigentlich dumm, oder? Da kommt Jesus, entdrückt die Gläubigen, und dann geht es noch einmal tausend Jahre weiter, und dann erst das Gericht. Wozu überhaupt das Ganze? Warum nicht gerade direkt das Gericht? Habe ich heute bei John MacArthur eine gute Erklärung gefunden. Er sagt, Jesus Christus ist der zweite Adam, gemäß 1. Korinther 15. Und Jesus Christus macht das im tausendjährigen Reich, was der erste Adam nicht geschafft hat, nämlich über die Erde zu herrschen. Und Jesus macht das tausend Jahre lang und zeigt, ich bin der wahre Adam. Er macht das, was der Erste nicht geschafft hat. Und dann nach tausend Jahren gibt Jesus die Gewalt über die Erde seinem Vater zurück und dann herrscht der Vater. Das ist der Grund für das tausendjährige Reich, gemäß MacArthur. Ein paar Argumente für den Postmillennialismus, hier habe ich vor allem drei Argumente gefunden. Das erste Argument für diese Sichtweise ist, der Missionsbefehl lässt erwarten, dass das Evangelium siegreich ausgehen und schliesslich in einer überwiegend christlichen Welt resultieren wird. Wir kennen den Missionsbefehl Matthäus 28, dort steht, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, sagt Jesus. Und wenn Jesus alle Gewalt hat, dann wird Jesus doch auch alle Menschen retten, also zur Bekehrung führen. Er hat ja alle Gewalt. Nun, das ist eine Mutmassung, steht nirgends, dass Jesus alle Gewalt benutzen wird, damit Menschen Christen werden. Zweites Argument, die Gleichnisse vom Senfkorn, Sauerteig und so weiter zeigen, dass das Reich Gottes sich ausbreitet. Kennt ihr wahrscheinlich auch diese Gleichnisse vom Senfkorn, dass das kleinste bekannte Korn oder ein ganz kleines Korn war damals und aus diesem wird dieser große Baum das Reich Gottes breitet sich aus oder der Sauerteig das Reich Gottes breitet sich aus. Was aber nicht gesagt wird, ist wie sehr sich das ausbreitet. Breitet es sich so aus, dass 90% der Welt Christen werden, zum Reich Gottes gehören oder nur 50% nur 10% habe gelesen, dass im letzten Jahrhundert innerhalb von 50 Jahren die Christenheit von den bekehrten und wiedergeborenen Christen von 3 auf 10% weltweit gewachsen ist. Wenn ich die Zahlen richtig in Erinnerung habe, von 80 Millionen auf 540 Millionen die Weltbevölkerung ist ja auch gewachsen. Ein riesiger Teil, ich glaube 1900 bis 1950 war das. Da dürft ihr mich jetzt nicht darauf behaften. Das muss nicht aufschreiben. Einfach, dass wir da sehen, wie sich das Christentum, der christliche Glaube ausbreitet. In Europa leider nicht. Wir haben den Eindruck, es ist alles schwierig und Unterdrückung und so, es wird immer schwieriger, aber die meisten Christen auf der Welt würden sagen, nein, es ist Erweckung. Südamerika, China, ganz viele Orte, da breitet sich das Reich Gottes extrem aus. Auch im Moment. Aber es wird nicht gesagt, wie stark sich das ausbreiten muss. Ein drittes Argument ist, die Welt wird doch immer christlicher, die Gemeinde breitet sich aus, das stimmt, das habe ich jetzt gerade gesagt, das Problem ist aber, die Welt wird nicht unbedingt christlicher. da habe ich jetzt schon meine Mühe, das so zu sehen, weil wenn wir die Welt betrachten im Moment, dann sehen wir ein noch nie dagewesenes Vorkommen von Drogenmissbrauch, ehelicher Untreue, von Pornografie, von ausserehelichem Verkehr, sowohl gegen wie gleichgeschlechtlich, Rebellion gegen Autoritäten, Eltern, Ehe, Arbeitgeber, Gemeinde, Staat, man rebelliert, Aberglauben, Materialismus, Gier, Diebstahl, Lügen, und das Spannende, sogar unter bekennenden Christen kommt das alles vor. Wayne Grudem schreibt, ich weiss nicht, ob das stimmt, ich kann das nicht jetzt so schnell überprüfen, aber er schreibt, dass in Kalifornien, in diesem Bundesstaat, 50% der Bevölkerung sagt, dass sie zu den südlichen Baptisten gehören. Südlichen Baptisten ist eine bibeltreue Gemeinde, so wie die FWG. Stellt euch vor, in einem Kanton sagen 50% wir gehören zur FWG. Und trotzdem ist dieser Staat überhaupt nicht christlich. Also da gibt es ganz viel Unrecht, Unmoral und viel Polizei braucht es dort und so. Todesstrafe, was auch immer. Wir sehen, selbst wenn 50% der Bevölkerung irgendwie ist, wird nicht besser. Das Hauptargument gegen den Postmillennialismus sind aber ganz viele Bibelstellen, Matthäus 7, 24, Lukas 18, 2. Thessalonicher 2, 2. Timotheus 3 und 4 und so weiter und dort steht, dass die letzte Zeit eine schwierige Zeit sein wird. Der Postmillennialismus ist der Überzeugung, es wird besser. Das heißt, Gottes breitet sich aus. Es wird alles besser, auf dieser Erde schon. Und die Bibel sagt uns, nein, es wird schlimmer. Es werden schwere Zeiten kommen. Irrlehrer, Abfall, eine böse Zeit. Darum kann ich persönlich den Postmillennialismus nicht sehen. Dann Argumente für den Prämillennialismus. Hier nehme ich es jetzt zusammen. Mal beide Varianten. Es gibt da zunächst mal gar nicht so viele Unterschiede, nämlich, dass grundsätzlich alle Prämillennialisten dann sagen, es gibt Bibelstellen, die scheinen weder in das gegenwärtige Zeitalter noch in den ewigen Zustand hineinzupassen. Ich habe euch ein paar aufgeschrieben. Wäre jetzt spannend, die gemeinsam zu lesen, aber das würde zu lange dauern. Es sind so Bibelstellen, wo irgendwie deutlich wird, das ist nicht jetzt, aber auf der neuen Erde irgendwie auch nicht. Und das passt am besten ins Millennium. Da entgegnen jetzt Gegner dieser Sichtweise. Das ist einfach typisch alttestamentliche Prophetie, da wird alles durcheinander gebracht, so wie mit verschiedenen Bergen, eine Sichtweise und man weiss nicht so genau, welcher Berg wo ist, weil alles gleichzeitig gesehen wird. Das ist typisch alttestamentliche Prophetie. Vertreter des Post, des Prämillennialismus sagen auch, dass nicht nur Offenbarung 20 vom Millennium spricht, sondern eigentlich doch schon Offenbarung 2, Vers 26. Lese euch das mal, was dort steht. Dort steht. Und wer überwindet und hält meine Werke bis ans Ende, dem will ich Macht geben über die Heiden und er soll sie weiden mit eisernem Stabe und wie die Gefäße eines Töpfes soll er sie zerschmeissen. Deutet am ehesten schon auf das Millennium hin. Die Macht über die Heiden, dieses Herrschen, passt zur Offenbarung 20. Sagen jetzt vielleicht Amillennialisten, ja, aber diese Regierung kann auch vom Himmel her sein. Das braucht es kein Millennium. Wenn man Offenbarung 20 anschaut, dann sieht man, dass der Prämillennialismus eine sehr gute wörtliche Auslegung ist, dieses Bibeltextes. Zunächst einmal sehen wir in Offenbarung 19 die Wiederkunft von Jesus Christus beschrieben. Dann kommt Offenbarung 20 das Millennium. Also es passt, zuerst kommt Jesus wieder und dann kommt das tausendjährige Reich. Das waren jetzt Amillennialisten und Postmillennialisten, ja, die Offenbarung ist da nicht zeitlich chronologisch. Dann Vers 2 bis 3, da steht, dass der Teufel gebunden wird. Und da muss man doch schon sagen, dass das irgendwie heute noch nicht ist. Also irgendwie sehen wir heute noch so viel, was man nicht erwarten würde, wenn der Teufel gebunden wäre. Jetzt schon. Und wenn man Vers 4 und 5 liest, dann deutet das auf zukünftiges hin. Hier steht von Seelen, die das Tier nicht angebetet haben, die nicht das Zeichen haben. Offenbarung 13 wird das ja beschrieben. Das ist also etwas, was noch kommen wird. Diese Märtyrer hier, die erwähnt werden, die haben das Tier, das noch kommen wird, nicht angebetet. Das ist etwas zukünftiges. Dann werden sie auferweckt werden. Das zukünftige, das ist nicht jetzt schon. Offenbarung 20, Vers 4 und 5. Also dieser Abschnitt Offenbarung 20 ist am besten zukünftig zu verstehen. Meine ich auch. Jetzt gibt es ja diesen großen Unterschied da noch, zwischen historischem und dispensationalistischem Prämillennialismus vor allem in zwei Sichtweisen. Ich habe sie schon erwähnt, ich erwähne sie noch einmal. Die große Frage, wann ist die Entrückung und das Verhältnis Israel und Gemeinde? Und ich muss sagen, ich möchte es vorsichtig formulieren. Aber ich meine heute, so habe ich das geforscht habe, dass zuerst die Sichtweise Israel Gemeinde da war und dann hat man den dispensationalistischen Prämillennialismus als Konsequenz dieser Sichtweise abgeleitet. Weil man sagt, es gibt eine unterschiedliche Zukunft für Israel und deshalb braucht es auch einen dispensationalistischen Prämillennialismus. also diese Sichtweise Israel Gemeinde ist sehr wesentlich für die Entscheidung, welche Sichtweise man sieht. Ich kann aber heute Abend nicht auf dieses Thema eingehen, das wäre doch ein zu heisses und zu grosses Thema. Ich möchte es einfach erwähnt haben, dass das ganz eine wichtige Frage ist. Worauf ich aber noch eingehen möchte, ist die Frage nach dem Zeitpunkt der Entrückung. Die Frage, wann kommt Jesus wieder? Kommt er vor der Trübsalszeit, während oder nach der Trübsalszeit? Und grundsätzlich kommt ja die Trübsalszeit, dieser Ausdruck aus Matthäus 24, Vers 21, so die grosse Drangsal oder die grosse Trübsal. Und der historische Prämillennialismus sagt jetzt, Jesus kommt nach der Trübsalszeit wieder. Also historische Prämillennialisten sind Post Tribulationisten. Tribulation, Trübsal. Jesus kommt nachher. Dispensationalisten sind Prä- oder Mittribulationisten. Die Frage ist, wie kam es denn historisch zu dieser Entrückungslehre? Und mit Entrückungslehre meine ich die Lehre, dass Jesus unsichtbar wiederkommt und er ist dann nach dreieinhalb oder sieben Jahren sichtbar. Niemand oder kaum jemand stellt in Frage, dass es eine Entrückung gibt. Die Frage ist nur, was damit gemeint ist. Jetzt, wie kam es zu dieser Lehre? Soweit ich erforschen konnte, wird diese Lehre 1800 Jahre lang praktisch nicht erwähnt. Bei Pseud Ephraim anscheinend gibt es ein Zitat im 4. Jahrhundert und soweit ich heute erfahren habe, auch im 1300 bei irgendeinem Fracino oder so, ich habe leider nicht ganz genau herausgefunden, wer das ist. Aber anscheinend, so wurde mir gesagt, lebte der um 1300, war ein Sektenlehrer und wurde hingerichtet, weil er ein Sektenlehrer war. Nicht wegen dieser Frage, aber er hat auch diese Entrückungslehre vertreten nebenbei. Und dann gab es im 18. Jahrhundert in Schottland ein Mädchen, Margaret MacDonald. Das gehörte zur katholisch-apostolischen Gemeinde, das sind so die Vorfahren der neuapostolischen Kirche, der NAK, der neuapostolischen Kirche, die es heute noch gibt. Dieses Mädchen war in dieser katholisch-apostolischen Gemeinde und hatte Visionen, also so Bilder, Eindrücke. Und es hatte so die Vision, dass in einem Augenblick alle Christen der Welt entdrückt werden. Und die Neuapostolen haben dann diese Vision so gedeutet, dass das in dem Moment sein muss, wenn Jesus wiederkommt, unsichtbar. Dann werden alle in einem Nu entdrückt, dann sind die Gläubigen weg aus dieser Erde. Jetzt ganz spannend, John Nelson Darby, er war dann auch auf diesen Konferenzen, wo dieses Mädchen diese Visionen mitgegeben hat, lernte dieses Mädchen kennen und hat sich von diesem Mädchen unterrichten lassen. Und hat diese Lehre spannend gefunden, hat gedacht, genauso sehe ich das doch auch in der Bibel, und hat dann das, was dieses Mädchen an Visionen hatte, biblisch begründet. Also nicht mehr wegen diesen Visionen, sondern biblisch. Und diese Lehre wurde dann etabliert in der Schofield-Bibel. Ich habe heute auch gelesen, dass drei der sieben beratenden Herausgeber Post-Tribulationisten waren. Dennoch, in der Schofield-Bibel wird dann nur diese Vorentrückungslehre gelehrt. Populär wurde diese Sichtweise, dass Jesus unsichtbar wiederkommt und die Gläubigen entrückt, vor allem durch alter Planet Erde wohin, ich glaube, das war ein Buch aus den 80er Jahren, des letzten Jahrhunderts, durch die finale Bücher, kennt ihr vielleicht, von Lahai, und durch Hollywood-Film, Left Behind, mit Nicolas Cage, 2014, gleich gesehen. Das ist so der Moment, wo man so denkt, ah, wenn Jesus wiederkommt, dann werden alle Gläubigen entrückt, dann gibt es vielleicht keine Piloten mehr, und das Flugzeug stürzt ab, und es gibt eine riesige Katastrophe. Das ist so diese Sichtweise. Jetzt, das ist so die geschichtliche Entwicklung dieser jungen Lehre, die dann auch zum Dispensationalismus eben geführt hat. Aber welche Argumente werden jetzt da biblisch auch genannt, für den Prätribulationismus? Die gesamte Trübsalsperiode ist eine Zeit der Ausgießung des Zornes Gottes über die ganze Erde. Es ist nicht angemessen, wenn Christen dann auf der Erde sind. Das ist so das erste Argument. Christen, die gehören nicht dahin, wenn Gottes Zorn ausgegossen wird. Deshalb wird Jesus sie vorher entdrücken. Weiteres Argument, Offenbarung 3, Vers 10, da sagt Jesus der Gemeinde in Philadelphia, dass er sie bewahren wird vor der Stunde der Versuchung. Ich meine, das meint tatsächlich die Trübsalszeit, aber es ist fragwürdig, ob das dann für alle Christen gilt oder nur für die Gemeinde in Philadelphia. Ein starkes Argument ist auch, dass das Wort Gemeinde in Offenbarung der Offenbarung 19 Mal erwähnt wird, aber nie in den Kapitel 4 bis 19. Das heisst, in dieser Zeit ist die Gemeinde gar nicht mehr da, wird daraus gefolgt. Erich Maurofer aber meint, ja, also Offenbarung 7, 9 beschreibt durchaus die Gemeinde, halt nicht mit dem Wort Gemeinde, sondern mit dem Wort Gläubige. Noch ein Argument für diese vortrübsalszeitliche Entrückung. Wenn Christus nach der Trübsalszeit wiederkommt und alle seine Feinde besiegt, woher kommen die Ungläubigen, die das Millennium bevölkern? Also, ja, gute Frage, aber besiegen heisst nicht vernichten. Die leben wahrscheinlich schon noch, wenn Jesus sie besiegt. Er unterwirft sie sich. Ganz ein gutes Argument, das ist das Bibelseminar vom letzten Mal. Der Prätribulationismus zeigt uns, Jesus kann jederzeit wiederkommen. Er kommt, nimmt uns Gläubige mit und dann kommen diese Zeichen. Ich habe aber letztes Mal gesagt, dass es auch eine andere Deutung gibt, nämlich, dass diese Zeichen zwar unwahrscheinlich ist, dass die schon geschehen sind, aber doch möglich und dass Jesus trotzdem jederzeit wiederkommen kann. Noch ein letztes Argument, wenn die Entrückung erst am Ende der Trübsalzzeit ist, wozu gibt es dann überhaupt die Entrückung? Da entgegnen jetzt Gegner dieser Lehre der Entrückung folgendes, sie sagen, wir sind heute so geprägt von diesen Left-Behind-Filmen und so, wo wir denken, alle sind dann weg, dass wir gar nicht daran denken, dass vielleicht etwas ganz anderes gemeint ist mit Entrückung. Vielleicht geht es bei der Entrückung gar nicht darum, dass die Gläubigen weg sind, sondern, dass die Gläubigen Jesus Christus entgegen gehen und mit Jesus auf dieser Erde einziehen, so wie das damals üblich war, wenn ein Herrscher siegreich vom Krieg zurückkam, gingen alle raus und zogen mit diesem Herrscher in die Stadt hinein. Vielleicht meint 1. Thessaloniker 4 das. Die Gläubigen gehen Jesus entgegen, um dann mit Jesus auf diese Erde zu kommen, direkt, und dort zu regieren. Matthäus 24 steht ja auch noch, die einen werden weggenommen, die anderen zurückgelassen. Dieses Wortpaar weggenommen und zurückgelassen ist aber ein typisches Wortpaar für die Arena. Damals wurden die Römer, die kamen, und dann nahmen sie die Christen mit in die Arena und zurückgelassen wurden die Ungläubigen. Das ist aber nicht positiv, was da gemeint ist. Also man wird mitgenommen in die Arena und nicht, um Jesus entgegen zu gehen. So deutet man dann Matthäus 24. Jetzt wenige Ausleger, die vertreten noch die mittribulationistische Entrückung. Das ist Erich Mauerhofer vor allem, habe ich da gefunden. Jesus in der Zwischenzeit kommt, das Argument vor allem, es wird tatsächlich in der Bibel auch aufgeteilt, die sieben Jahre, oft. Erich Mauerhofer schreibt, dass der Mittribulationismus die meisten Probleme der posttribulationistischen Auffassung löst und viele Argumente, die die Prettribulationisten für ihre Meinung ins Feld führen, gelten genauso für die Mittribulationisten. Also er sagt, nehmen wir einfach beides zusammen, dann passt es. Ja, ich sage jetzt nicht, dass das ein schweizerischer Kompromiss ist, aber man nimmt einfach alles Gute und dann gibt es eine neue Lehre, auch eine Möglichkeit. Ja, sag mal so viel. Jetzt müsst ihr denken. Vielleicht habt ihr viele Fragen. Darf die Musiker bitte vorzukommen? Vielleicht habt ihr Fragen, vielleicht Anmerkungen? Vielleicht sagt ihr, aber Matthias, du musst noch an das denken. Ich bin dankbar für Ergänzungen. Ihr dürft es mir schreiben. Gruppenchat, mir persönlich oder hier vor Ort natürlich auch mündlich mitgeben. Dann schauen wir noch, ob noch Ergänzungen da sind, wo wir voneinander lernen können. Etwas ist mir noch ganz wichtig, ich glaube, wir singen jetzt ein wunderbares Lied. Egal wie es ist mit der Zukunft, Gott hat unser Leben in der Hand. Ich glaube, wir als Gläubige müssen keine Angst haben vor der Zukunft, egal wie es wird sein. Selbst wenn wir durch die Schübsalzzeit durch die Türen müsste, wird Gott uns dort drin bewahren. Da bin ich überzeugt. schübsalzzeit. Vielen Dank.